So, auf geht's! Jetzt keep things so on! Er ist zu schnell! Da sind ja ganz viele Naruto's. Bin ich vielleicht betrunken oder was ist hier los? Du musst viel lauter sein. Und wenn du mit dem Elbogen keine kreisrunden Bewegungen machst, wird das bestimmt kein Curry des Lebens werden. Lass ihn in Ruhe, Karachi. Was ist denn das für eine grellrote Farbe? So was habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, meine Augen sind schon völlig vernebeld. Das schmeckt ganz bestimmt. Was? Meinst du? Wir müssen uns beeilen, sonst wirst du nahe wütend sein. Ja, da kannst du recht haben. Schade, dass wir schon gehen müssen, es war gerade so gemütlich. Warte! Das Curry! Das Curry! Hör mal Hinata, fall nicht wieder in Ohnmacht, wenn du Kurenai siehst. Jetzt fang doch nicht wieder davon an. Sag mal, wovon sprecht ihr denn? Wir haben Naruto mal im Krankenhaus besucht. Hör auf damit! Ja, und zack ist Hinata in Ohnmacht gefallen, als sie seine Verbände gesehen hat. Ach lieber, das ist fies. Das passiert mir ganz sicher nicht nochmal. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Ich will was mit dir besprechen. Zunahme, es ist ziemlich wichtig. Oh, äh, hi Hinata. Hallo Naruto. Mehr fällt mir nicht ein. Was soll ich denn jetzt sagen? Was ist los mit dir? Du bist total rot im Gesicht. Warte mal, hast du Fieber oder sowas? Hör auf, Hinata! Oh nein! Hinata, was ist denn nun wieder? Komm zu dir! Ich freu mich so dich zu sehen. Hallo Naruto. Ach bitte, Sensei Guy. Ich mein es wirklich ernst. Echt jetzt. Könnt ihr mich nicht bitte ein einziges Mal mit euch trainieren lassen? Es ist mir so wichtig und ich geb mir auch schrecklich viel Mühe, okay? Es ist doch aber viel schwieriger, wenn man wackelt. Oh, der macht ein Irre. Sie sind clever, Sensei. Ich hab nicht gewusst, dass es so eine Trainingsmethode gibt. Hey du, geh etwas mehr nach rechts rüber. Hä? Wieso das denn? Meinetwegen, komm. Ich werde dir den kleinen Rister eben schnell zunähen. Wirklich? 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 Ja? Oh, das ist so süß von dir. Wie süß das ist. Es ist das erste Mal im Leben, dass du süß, äh, nett zu mir bist, Sakura. Das ist ja so süß von dir. Hast du manchmal das Gefühl, du übertreibst ein bisschen? Naruto! Das ist weniger süß. Das ist mehr bitter, ey. Hast du mich eben gerade berührt, Naruto? Das würde ich niemals machen. Du behältst gefälligst in Zukunft deine pätzigen Pfoten bei dir, klar? Hä? Was ist das? Äh, was da geht? Das ist auf deinem Rücken. Mach das weg, schnell! Anbu! Anbu! Da sitzt ein sprechender Pups. Ach, was rät? Kein Quatsch, das ist ein Lebewesen. Äh, eine Raupe oder so. Geh, tu das weg! Halt mal still, ich mach das eben. Warte. Geh, tu das geht nicht. Ah, du! Anbu! Anbu! Halt du! Kann es sein, dass das ein Problem wird, Kiba? Geh! 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 Geh!